Es ist so komisch, weil alle Influencer haben eine Nische, also etwas was sie gut können, wie Gym-Content oder Video-Content oder Create-Content. Das Problem bei mir ist, dass ich alle Content-Arten richtig gut finde. Muss man sich entscheiden? Kann man nicht einfach das machen, was man liebt? Ich mache gerne Create-Dispost und dann baue ich irgendwas, z.B. mein Schrank. Den Schrank habe ich selbst gebaut. Also Grundgerüst war schon und dann habe ich den einfach gebaut. Schubladen rein, Stange rein, Türen auf und fertig. Muss man sich halt wirklich entscheiden? In der Nische? Was ist, wenn man alles gerne mag?